Musik Willkommen in der Bundesfachschule Modell- und Formenbau. Hier unter dem Dach der Holzfachschule Bad Wildungen bereiten sich technische Modellbauer, Modellbauermeister und Modellbautechniker auf ihre beruflichen Erfolge vor. Das Besondere an der Schule ist, dass die Schule mit neuesten Technologien ausgestattet ist. Man lernt viel im Bereich CAD, CRM, was ich davor nur in Maßen gelernt habe in meiner Ausbildung. Und das ist natürlich immer wichtiger heutzutage im Berufsleben, dass man das halt auch kann. Modell- und Formenbauer finden ihren Einsatz entlang der Prozesskette Design, Konstruktion, Prototypentwicklung und Serienfertigung. Profunde Kenntnisse sowie das teamorientierte Arbeiten in Bad Wildungen tragen zu dem ausgezeichneten Ruf der Bad Wildunger in der Modell-, Formen- und Werkzeugbaubranche bei. Nicht nur in den klassischen handwerklichen Fähigkeiten, sondern auch in 3D-Messtechnik an optischen und koordinaten Messmaschinen, CAD, CAM und NC-Bearbeitung und in der Simulationstechnik. Konzeptionierung mit bauteilspezifischen Vorgaben Planung der Modell- und Formenherstellung Manuelle und rechnerunterstützte Techniken Virtuelle Anfertigung der Modelle und Formen mit CAD, CAM Erwerben Sie Wissen in Fachlehrgängen und Seminaren, die Sie wirklich weiterbringen. Machen Sie sich fit für Ihren Einsatz im Umfeld von Design, Konstruktion, Prototypentwicklung und Serienfertigung. Erfahren Sie mehr über die Aus- und Weiterbildung des technischen Modellbauers unter www.modell-formenbau.eu-bundesfachschule www.modell-formen.de www.modell-formenbau.eu-bundesfach zadet www.modell-formen hardness Wir mussten die Selbstwertige